In den 1990er Jahren erschüttern Briefbomben und Sprengfallen mit vier Todesopfern die Republik. Nach vier Jahren wird der Terrorist Franz Fuchs festgenommen. Der Autor Felix Mitterer hat darüber ein Stück geschrieben. Der Patriot feiert morgen in der Messehalle elf Premiere. Es lebe die Bayouwarische Befreiungsarmee. Es lebe die deutsch-österreichische Volksgruppe. Es lebe die Salzburger Eidgenossenschaft. Freiheit für Gott, für Küssel. Brüllend vor Gericht, eine Erinnerung vieler an Franz Fuchs, den rechten Terroristen, der Österreich in den 90er Jahren in Angst und Schrecken versetzt. Es hat vier Jahre gebraucht, bis sie einen von uns erwischt haben. Da kommt es doch auf ein paar Tage nicht an, oder? Franz Fuchs, ein zu kurz gekommener, der seine Wut in blutigem Terror auslebt. Felix Mitterer zeichnet in seinem Stück ein Psychogramm, basierend auf den Vernehmungsprotokollen. Und das ist dermaßen spannend, weil das Extremistische, das Ungeheuerliche eigentlich so normal daherkommen kann. Terror ist immer hinterhältig. Dadurch entfaltet er seine Wirkung. Und die Polizei kann niemanden schützen, niemanden, obwohl 100 Ermittler rund um die Uhr arbeiten. Auch die Rohrbombe von Klagenfurt im August 94 hat sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Warum nur das alles? Kann ich Ihnen schon sagen, weil es einfach nicht einzusehen ist, dass in einer deutschsprachigen Stadt auf Slowenisch unterrichtet wird. Und eineinhalb Stunden höchstintensives Theater. Nach der ersten Anschlagsserie war es nicht mehr so wichtig, ob die Briefe die Empfänger tatsächlich erreichen. Es geht nicht um möglichst viele Opfer. Es geht um die Herstellung von Angst. Denn Angst lässt eine Gesellschaft erstarren und dann auch die Grundfesten der Demokratie erbeben. Am 26. Februar 2000 erhängt sich Franz Fuchs in seiner Zelle. Der Patriot bis 28. Februar beim Klagenfurter Ensemble.